Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video und zwar möchte ich euch hier auf die Kanal-Info hinweisen bei mir und zwar habe ich hier immer meine laufenden Projekte aufgelistet und zwar halt wie gesagt das aktuelle hier mit Reef, da seht ihr auch immer wie viele Parts das beinhaltet, wann das abgeschlossen ist und wie das hochgeladen wird, also in diesem Fall täglich. Dann eben Portal 2, Together Custom Maps unregelmäßig, Mario Kart 8 unregelmäßig, ja ich weiß, da sind jetzt schon länger keine Folgen mehr gekommen, trotzdem steht das hier noch drin, weil wenn der DLC rauskommt, ja jetzt am 23. April müsste das sein, dann will ich da eigentlich doch noch mal ein paar Folgen zu machen, habe ich zumindest angepeilt, deswegen steht das hier noch. Und dann wie gewohnt die Super Smash Bros Wii U Highlights, die kommen sogar zur Zeit täglich, weil ich da relativ viel Content habe, ich muss auch noch mehrere Sachen bearbeiten, trotzdem kann halt unregelmäßig werden, je nach Content Vorrat. Und hier dann halt noch das, was aktuell ist, da habe ich zum Beispiel letztens gepostet, dass halt Thief am, ich glaube 10. April war es jetzt, ne, dass es dann eben startet. Und ja, das hier möchte ich eigentlich ziemlich aktuell halten, weil ich halt so etwas wie Twitter und Facebook oder auch halt Instagram nicht habe. Und ja, nur, dass ihr das halt wisst, dass das relativ schnell immer geupdatet wird, falls ich es nicht vergesse, dass ihr hier auf jeden Fall in der Kanal-Info vorbeigucken könnt, falls euch interessiert, was zur Zeit läuft, wie lange und wie oft es kommt. Und ja, mit dem aktuellen wird dann sicher dann wieder gepostet, wenn Thief zu Ende ist, was als nächstes starten wird oder wie auch immer. Ja, das war es schon von mir und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen, was haben wir heute, ja, schönen Sonntag und bis demnächst. Bis dahin, eure Katan. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.